Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der herrliche Schlacht um Mittelerde 2. Ja, wir sind immer noch in dem mega langen, extremen Geschäft, wo sich erstmal eine ganze Weile gar nichts gerührt hat und dann am Ende nur noch Action ist. Ähm, mittlerweile habe ich es geschafft, Darkie auszuschalten. Ähm, fehlt jetzt nur noch der liebe Dylan. Ähm, ich hoffe mal, dass ich das hinbekomme. Irgendwie. Irgendwo und irgendwann. So, okay. Ich denke mal, ich wüte mich wieder und weiter geht's. So. Okay. Ähm, bin wieder allein auf meinem Kanal. Das ist toll. Das ist fein. Äh, ich bin allein. Allein, allein. Ich mache jetzt dasselbe wie du. Einheiten aufbauen. Äh, er macht hier... Ist das Kankra? Ja. Okay. Ähm, wir müssen wahrscheinlich... Beziehungsweise... Ne, er wird sie ja aus der Festung holen, seinen Drachen. Dann ist das nicht so schlimm. Ich gehe mal hier mit... Äh, ich schaffe die mal hier runter. Äh, und ansonsten... Ähm, 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 ähm... Ja, das scheitert nicht. Komm. Obwohl ich die gegen Dü nicht so stark brauche. Ähm, da wären mir, ähm... Ja, Aragorn oder Gandalf oder wer auch immer ein bisschen lieber. Gegen Dü brauche ich vor allem halt, äh, Tomwachen ein bisschen mehr. Eure Furcht. So. Der rennt da unten rum und, äh, sieht, dass ich hier schon eine Festung habe. Höp. Höp. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir haben unsere volle Truppenstärke. Okay. Wir haben unsere volle Truppenstärke. Genau. Äh, äh. Gegen Gewicht hat ein Hübsch. Vermutlich versucht er hier unten sich auszubreiten, aber nicht mit mir, mein Freund. Weil das wäre ungünstig für mich. Und ungünstig ist, lasse ich schon gar nicht zu. Nicht für mich. So. Ähm, wen haben wir hier? Wer braucht einen Baumeister? Du kannst mal hier, genau. An die Arbeit gehen. Haltet sie auf. Ja, genau, den haben wir. Und dann hier. Sehr schön. Jetzt versucht er es oben wieder. Hier entlang. Das wäre natürlich doof. Also, für ihn. Der Sieg ist nah. Vergesst eure Furcht. Hopp. Was seid denn hier vor zwei? Was seid denn hier für welche? Die, die, die rennen vor zwei. Da, da waren nur zwei. Die, die, die rennen. Also, entweder hat er alle anderen gesehen. Äh, oder, ja. Oder eben nicht. So, hopp. Wir gehen mal weiter vor. In aller Ruhe. Rücken wir mal vor. Wir können hier mal kurz hier. Ja, obwohl, brauchen wir noch nicht. Wir können stattdessen so hier machen. Hm. So, okay. Ah, das ist ungünstig. So, wo ist die Festung? Dann machen wir erstmal hier. Dann machen wir erstmal hier Paletti. So, okay. So, okay. Das war Galadriel. Die macht das heim. Aha. So. Ja, voll. Hier erstmal auf die da. Und okay. Die Zeit von Heilung. Ich sollte mich zurückziehen. Und vor allem sollte ich mit denen gegen den Gegend können. Aha, aha, aha. Ja, alle maskieren oder positionieren und dann los. Ja, okay. Die Rindernpartie sollen auch mal zurückkommen, bitte. Alles zurück, alles zurück. Mit ein bisschen Glück kommen wir auch alle feinen zurück. Immer weiter. Wir wirst euch um mich, Freunde des Meldens. Aber wirst du hier eigentlich da draußen? Und du auch. Alle rein. Alle rein. Da kann nämlich ein bisschen geheilt werden. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Heilung. Fetzt. So, den Wallrock haben wir einmal abgewehrt. Zweimal werden wir den auch abwehren. Wir müssen nur erstmal hier unten den Elfen beim Turm. So, 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 so. Okay. Sieht so langsam ganz gut aus. Wie gesagt, noch habe ich den Vorteil, weil ich eben Galadriel habe. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich die nicht verliere. Das wäre... Well. So. Sagen wir vorsichtig Well. Weil Well ist ja fast gar kein Ausdruck. So. Das hier lohnt sich glaube ich nicht, hier irgendwas drauf zu hauen. Obwohl, wir können es ja mal versuchen. Wir haben es ja. Oh, das hat mehr gebracht, als ich dachte. Hm. Okay. Okay, der Elfenbeinturm unten ist auch fertig. Äh, unten scheint von Lü nichts zu sehen zu sein. Das ist gut soweit. Ähm, wir bauen inzwischen weiter aus. So. Okay. Äh, euch nehme ich mit. Euch nehme ich auch mit. Ihr werdet natürlich voll ausgestattet. So. Ähm, Katapulte nehme ich auch mal mit diesmal. Voll ausgerüstet. Kann ja sein, was was nützt. So. Wir müssen kenne. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir Galadriel, äh, so weit an die Front kriegen, dass die, äh, ihren Tornado zünden kann. Das wäre ganz gut. Das wäre, äh, sehr gut. Ich bin bei euch. So. So. So, warte. So, warte. Ja, wir haben ja einfach reinrennt hier. Jawoll. So. Wir gehen zurück. So, gucken mal. Oh, wie er schön hier ausräumt. So. Ein Drache, naja. Er versucht natürlich mal eine Festung zu, äh, festigen. Ja, hier auf den Drachen alle. Alle nur für alle, alle auf den Drachen. Aber das ist ja nun mal eine große Festung. Das ist ja nicht egal. Ja, machen wir mal so hier. Dann so. Dann so. So. So, okay. Hopp. Einmal hier runter. So, hopp. Alle Einheiten auswählen. Und los da. Dü, 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 dü. Wir kriegen das schon hin. Bin da recht zuversichtlich. Auch wenn es schwierig ist, weil Dü ja halt auch hoffenweise Rohstoffe hat. Ja, aber die haben wir auch. Oh, irgendjemand gefallen? Nein. Nee, ist aber was. Das ist der Weg. So, kommt hier. Hinter das Teil hier. Das muss ich mir holen. Oh, komm. Galadriel macht den Drachen fertig. Uh, wie er hüpft. Den Drachen. Wupp. Da springt dein Drache durch die Gegend. So, okay. Alles, alles mal sammeln. Äh, wieder. Nicht nur alle Helden. Ich wollte eigentlich alles haben. So. Äh, äh. Äh. Okay. Und weiter. So. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Ausrüsten. Annen, annen, annen. Das, das, das. Hier. Das, das, das. Okay. Dann haben wir hier hinten noch. Dich, dich, dich. Und. Äh. Dich krieg ich auch gleich. Oder hab ich schon? Nö. Wollt ich dir grad sagen. So. Okay. Und ihr auch. So. So, mal schauen. Wie gesagt, die hat denn immer noch den, den Gebietsvorteil. Da müssen wir aufpassen. Äh, dass er, äh, da, ähm, ja. Nicht abkackt. Oder dass wir nicht abkacken. Das werden wir sehen. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Und dass wir nicht abkacken. Äh, so. So, ich stück schon vor. Und jetzt muss ich mir eigentlich irgendwann mal die andere Festung holen. Sonst wird's doof. So. Und hepp. Und hepp. Äh, nee, so hier. Hepp. Und hepp. So. Und hopp. So. Und jetzt, äh, gehen wir mal hier mit der Armee der Toten hin. So. Okay. Und die anderen hier aus die Festung. So. Hier hoch mit. So, der Ballruck. Wo ist der Ballruck? Da ist kein Ballruck. So, Galadriel ist hier gerade. Äh, ich mach hier mal Unvergutbarkeit drauf. Willkommen. Warum hat Galadriel keine Heilung bekommen? Sauerei. So, hier. Wir schützen den weißen Turm. Wir werden angegriffen. Ach, hier ist der Ballruck. Nur dann. Wenn es zu uns nichts ist. Schaut euch um mich, Freunde des Westens. Wir schützen den weißen Turm. So, okay. Wir greifen das Schlager an. Der Feind. Halten Sie auf. Mal, 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 mal. Komm, das kriegen wir hin. So, okay. Damit wäre hier oben schon fast gecleared. Äh, gecleared. Ich gucke jetzt mal hier zurück. Weil du musst mal ein bisschen geheilt werden. Äh, stattdessen machen wir mal so. 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 Ja, ja, ich baue doch schon aus. Ich baue doch schon aus. Was willst du denn mehr? So, 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 so. Das steht noch. Das steht noch. Die Schmiede und das Ding stehen auch noch. Ähm, ja. Bin zufrieden. Da, komm, voll um. So, hier, das Teil weg. Sind bereit. Und dich gerade ausgeschneidt. Ja. Bin nicht der Meister. Seid standhaft. Mhm. Freunde von Niveau. Du bist noch nicht da. Klar ist hinter mir wieder was, aber das ist gewählt. So, okay hier oben geht es auch schon wieder fleißig. Gehen wir weiter, 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 weiter. So und. Okay, hier sieht es doch gut aus. So, dann gehen wir hier hoch. Und machen wir erstmal die Spinnengrube noch weg. Blalalalalala. Dass die ihre Fähigkeit immer einsetzt. Ja, na gut, okay, warum nicht? Kann sie ruhig machen. Könnte ich zwar gerne gebrauchen, aber okay. Okay. So, wir gehen zurück. Wir gehen eigentlich alle zurück. Ich bin immer wieder zurück. Du musst ja schnappen. Mann. 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 Und, ähm, haben hier, hier, hier. Ja. Gut. Das wird schon wirdn. Das wird schon werden. So, so, so. So, so, so. Was haben wir hier Schönes? Aragorn. So. Theodin. Ist alles gut. Hier unten kann ich mal in der Zwischenzeit... Genau. Ein paar mehr Rußstoffgebäude bauen. Hopp. Und vor. So, den haben wir weg. Lulululululau. Und dann war er weg. Hahaha. Das ging aber schnell. So. Ähm. Ich find die Fähigkeit cool. Ich find die Fähigkeit sehr gut. Ich denke... Ich denke aber einmal müssen wir die Folge wohl noch beenden. Ich glaub nicht, dass ich, ähm, so schnell siegen kann. Und du auch nicht. Äh, deswegen, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dennne. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute.